Mein Name ist Privatdozent Dr. Jörg Signerski-Krieger. Ich bin Chefarzt der psychotherapeutischen psychiatrischen Abteilung in Tiefenbrunnen sowie von zwei Stationen in Göttingen und zwei Tageskliniken, einmal in Sesen und einmal direkt in Göttingen-Stadt. Unser Schwerpunkt ist Psychotherapie von jungen Erwachsenen, Trauma, Depression, Psychosen. Wir haben aber auch zwei Stationen mit dem Schwerpunkt Persönlichkeitsstörung, einmal Persönlichkeitsstörung und tiefenpsychologische Behandlung und einmal Persönlichkeitsstörung, zum Beispiel die Borderline-Persönlichkeitsstörung zur Behandlung mit einer DBT, Dialektisch-Behavioral-Therapie nach Linnehen. Ich selber von Hause aus bin Psychiater und Psychotherapeut und Sexualpsychotherapeut und Sexualmediziner.